Sprung doch einfach runter ins Wasser. Bin ich. Gut. Ach komm schon, ach so. Ich mach hier, hier ist ein Zelt. Ich mach hier kurz ein Feuer an. Weil dir wird bestimmt auch gleich kalt sein. Ach lol. Der moderne Baum. Oh. Oh, und auch passende Pfeile dazu. Schön. Äh, ja. Tyrox. Wie geht's dir? Ganz gut. Okay. Also Tyrox, wenn wir den ganzen Weg dann zurückkriegen, hast du Glück und kannst hier einen modernen Bogen holen. Okay. Melvin, Moment. Ich mach mir kurz ein paar Bomben. Jo. Äh, hä, was fehlt denn da jetzt noch? Ach, die Uhr. Gut. Äh. Ich hab auch noch ein paar Bomben gemacht. Warte mal. Da lang muss man. Hä, ne. Von da ist er mal gekommen. Hä? Wo geht denn das jetzt weiter? Äh, äh. Ich hab keine Ahnung. Alter, muss es drei Wege geben? Ja, anscheinend. Das ist ja scheiße. Oh, Mann. Jetzt muss ich mich aber hier beeilen. Ja, ich hab auch bloß noch ein Drittel voll. Deswegen bin ich so lange, wie es geht, an der Oberfläche geblieben. Oh, Alter, das wird knapp. Das wird knapp. Oh, nee. Das war wirklich knapp. Ich hoffe, die springen alle in den Tod. Ich hoffe, die springen alle in den Tod. Ich hasse Babys. Hm, nicht nur du. Ich erfriere mir hier gerade den Ast ab. Und da sind schon die ersten Grauen wieder. Hm. Aber ich würde sagen, dann einfach durchrennen. Na dann. Da hast du nämlich schon immer hier, äh, äh, das Ekel-Paket. Ja, ja, ja. Warte mal, von hier sind wir aber gekommen. Gibt's hier noch einen anderen Weg raus? Nee, da muss es doch noch einen Weg geben. Warte mal, wo ist der Tyrox? Dort. Da. Äh. Von hier sind wir gekommen. Ja. Ja. Ich speichere ab. Ich auch. Nee, da muss es in dieser Hülle noch einen Weg geben. Aber, hä, wir haben doch jetzt nur zwei gesehen. Ja, da muss es aber... Ich, ich ver... Wenn ich in dieser Hülle bin, verfolge ich Martavucks Namen. Äh, vor allem, warte mal, ich hab... ...drei Batterien und 100% in der Taschenlampe. Ich mach... Nimm jetzt die Taschenlampe einfach mal. Okay. Ja, die erhält das ein bisschen mehr. Da, in die Richtung. Äh, warte mal, hier ist aber auch noch was. Und hier ist zu. Weil, von dort waren wir doch schon. Dann... Ach, an die Richtung. Oh, oh, oh. Inzest. Oh, Alter. Du hässiges behindertes Inzestvieh. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Ah! Hier ist ja noch einer. Was wollen wir denn? Schneid deine Beine ab. Ich schneid dich. Ich schneid dich ab. Aber das müsste jetzt richtig sein. Ja. Ja, das... Äh... Ich muss dann unbedingt die Atemmaske wechseln. Ja. Hier ist immer richtig. Also man hört Fettklopps. Hm. Ich hab Bomben, warte. Okay. Ich muss ganz kurz... Sauerstoffflasche ändern. Hä? Wie ist das denn? Wie ist das? Wie ist das hier rein? Hä? Der hat sich durchgepackt! Das war vorher noch nicht da. Also hier kommt den Eingang immer näher, ne? Ja, Tür. Ach, das steht. Ja, tot. Kann ich das? Ja. Hä? Muss, äh, da drauf. Läuft. Aber ich muss mich schon wieder aufwärmen. Ach, du hast schon. Bleib mal bei mir. Da kann ich mich bei dir mit aufwärmen. Oh, toll. Das war's wohl. Ach ja, das war ja hier, wo du ohne Kletterhaken hochgekommen bist. Hm. Yo. Steine, 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 Steine. Besser war eröffnet. Auf, 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 auf. Ähm. Uuuuuh! Lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Hinter uns ist noch Mutant. Ja, ja. Ich muss aber die Steine einsammeln. Kann ich auch machen. Au. Scheiße. Mist. Okay, hier sind wir richtig. Also, wenn der Mutant jetzt kommt und die Brücke hier einstürzt, fresse ich den Besen. Oh, scheiße. Oh, leck, 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 leck. Wäre aber episch. Oh. Ein Teil. Hm. Charrox, wir kommen. Wir retten dich. Das ist alles wegen einem Dynamit. Echt? Tyrox, was traust du dir eigentlich zu? So, Tyrox, komm mal zu uns. Jetzt will ich sehen, dass das Tor offen ist, bevor ich hier irgendwas mache. Ja, ich bin vor euch. Hä? Wir sehen dich nicht. Kann ich nicht sehen. Ja, das ist die, aber ich kann dich nicht sehen. Bist du schon hier in der Höhle drinne? Oder bist du am Tor? Ich steh'n halt nicht. Nicht? Stell dich mal bitte hin, Tyrox. Ja, mach ich doch. Bin ich doch. Hä, nein? Ich seh' halt auch gar nichts. Oh, Tyrox, ernsthaft? Oh. Äh, äh, ich war weg. Mach he, mach he, mach he, mach he. Mach he. Mach he. Ich war hier die ganze Zeit auf den Stein. Das Tor ist kein einziges Mal zugegangen. Hey, das war bei uns aber jetzt verschlossen. Hm. Was? Das war bei euch noch. Das war 100 pro verschlossen. Uns hätte er sich nie geduckt, der Arsch. Ja. Nein, das war nicht geschlossen. Aber, bevor wir es vergessen, Ja. Soll ich rein, ist es rein? Ja, gut. Warte, ja, natürlich. Schade, das Tor geht nicht zu. Nee, aber... Hä? Ach, hier. Habt ihr Essen? Oder... Äh... Speicher erst einmal ab. Ich hab kein Essen mehr. Ja. Oder halt trinken, oder... Wenn ich nicht ganz vom... Äh, äh... Warte. Wo ist er denn da? Ich muss alle Ivera fressen. Oh, ein Snack. Das hab ich jetzt gebraucht. Hier, hast du noch eine Soda? Ach so. Soda hab ich selber. Dann nicht. Noch ein Snack haben? Dann nicht. Ja, willst du noch einen, oder nicht? Ja! Mensch. Oh. Das sind Pilze, die kannst du essen. Das sind die Nahhaften. Also, wo sind die... Wo werden die... Äh, da, wo die Molotovs sind. Alter. So. Ist hier vorne noch irgendwas? Nö. Geh, geh mal vor. Mach ich doch. Ja. Tyrox glaubt uns nicht. Vor allem drei vollen Rettungsaktionen Tyrox, ey. Hm. Ernsthaft. Aber mir wird schon wieder... Mir wird ernsthaft schon wieder kalt hier noch. Geh mal. Das ist deine Schuld. Alk, ja? Tyrox, da kommst du easy wieder hoch. Vor allem... Vor allem... Ah, ich möchte nie mehr... Der guckt doch so doof zu mir. Das zweite Mal runter... Der guckt doch so doof zu mir, sieht die Bombe, rennt aber einfach weiter. Das ist voll episch. Warte, hier ist ein Teil. Tyrox, da. Hier geht's nach oben. Verstehe ich. Ach, hier, und hier ist dann von Timmis Roboter ein Teil. Aber das kannst du dir erholen, wenn wir dann sowieso zum Ende gehen mit der Höhle. Ja, ich brauche nur noch einen Teil. Ist das ein Bein? Ja. Ich brauche nur noch eh einen Arm. Wo habe ich denn den Körper her? Hä, ich habe alles voll. Hä? Hä? Ne, ich muss ja doch von vorne anfangen, das eh nochmal. Ach so. Deswegen habe ich ja auch keine Kettensäge und keine Schneeschuhe. Das war ein Sneaker. Oh, ein Mäbel. Nein. Nein. Lalalalalala. Lalalalalala. Stopp, ich brauche meine Taschenlampe. Das war so erfolgreich. Oh. Stimmt ja, da war ja was. Und da war ja noch was. Wollt ihr mich verarschen? Nö. Und das war... Oh, da hast du Sackgasse. Ralfi, du hast einen scheißorientierten Sinn. Ich habe gar keinen, das ist das Problem. Ja, da ist... Hup. Hier lang. Ja. Hui. Tauchen, tauchen. Mist, die fauna gleich. Warum tauchst du? Tut, ich weiß. Ach, Maven, Maven, Maven. Melkpferd heißt es. Aber mir wird halt einfach schon wieder kalt. Ich wärme euch. Oh ja, bitte. Lass mich an deine... Kommt zum Licht, komm zum Licht. Lass mich an deine männliche behaarte Brust. Oh, sie ist aus. Dann lass sie wieder aus. Wie kannst du nur... Du siehst... Taroxy Mexicana. Mexicana? Du siehst aus wie Mexicana. Pregnante. Puerto Rico. Das ist... Oh, Babys. Äh, wo geht's raus? Äh... Wo geht's raus, Leute? Leute! Oh, äh... Ja, ich geh auch erst mal hier lang. Ui. Das war richtig. Und nicht moderner Bogen. Oh, das wär für Tyrox auch gut. Ja, das wär für Tyrox gut. Als kleine Entschädigung, dass er so doof ist und runtergefallen ist im Kessel. Ähm. Kann mir mehr an Sneakers, äh... Geben, vielleicht. Bitte. Okay. Also... Wie kannst du halt essen, no? Warum? Nee, komm her. Ich mag den Einkaufswagen von Seibert. Äh, ich bin schon wieder im Luftloch. Hä? So könnte man einen richtigen Sneak machen? So könnte man halt... So könnte man halt... Tyrox, komm mal hier runter. So könnte man übelst ein Prank. Keine Ahnung. Wie geht dann das Wasser weiter? Da ist aber halt einfach mal ein Luftloch. Hallo. So. Was war denn jetzt da hinten? Der Bogen, oder...? Äh, das war doch in diesem... Der Bogen war in dieser einen Höhle, wo wir runtertauchen mussten, oder? Nee. Hm. Oh, hier gab's ja nur einen Zettel, stimmt. Ja, hier geht's eh nicht weiter. Ist aber auch mies. Gut, falscher Weg. Ach, Melvin, wo führst du uns noch hin? Ins Ehrenhaus. Geht's verderben. Okay, beides gleich. Ach stimmt, der Bogen war ja da, wo... Das, äh... Thaddeusvieh ist. Stimmt. Ja. Äh... Tyrox, da musst du hier lang. Äh... Wo? Irgendwo hier war ein See zum runtertauchen. Hier. Ja, ja, der ist da. Dann kriegst du den modernen Bogen. Hm? Was ist da unten? Ähm... Der moderne Bogen. Aber das war's dann schon. Und... Wo genau? Äh, auf irgendeiner Kiste. Das sind auch Zelte zum Absprechern, glaub. Das sind auch Zelte zum Absprechern, glaub. Was ist da unten? Oh Gott, da hinten ist das Vieh. Oh Gott, da hinten ist das Vieh. Ja. 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 Ist ja noch ein Vieh. Hab ich ja jetzt einfach... Ja gut, ich hab ihn. Ja. Ja. Ja gut, ich hab ihn. Bisschen, ein bisschen Verschlimmung sorgen. Ich kann das nicht hier... Ne, das ist doch... Ha? Ein Klassiker. Der wird halt nie alt. Ja. Ein Klassiker.